Ja, die wollte ich auf jeden Fall haben. Die sind toll. Hätte die letzten Tage ein bisschen geschnallt. Das ist schon ein bisschen wilder aus. Ansonsten, die Scheinwerfer sind drin. Also die finde ich am besten. Die normale Streuscheibe mit Fadenkreuz, ein bisschen dunkler. Ein Grill lasse ich original. Der andere wird ungebaut. Ich habe hier einen zweiten Gericht. Hey Sonos, kannst du mir ein bisschen Bassline zeigen? Sure! BASS! Bis zum nächsten Mal.